Platz 1 bereit. Halbzeitstand in der 80-Mal-Begegnung zwischen der Spielvereinigung Neckarels und Unka, dann zahle 0 zu 1. Schreie, schreie, schreie. Den Torwerten für das nächste Spiel, das letzte Achtelfinalspiel hier in Reit, FV Ravensburg und VfB Stuttgart. Der Torwerten für das nächste Spiel, das letzte Achtelfinalspiel in Reit, FV Ravensburg und VfB Stuttgart. Der Torwerten für das nächste Spiel, das letzte Achtelfinalspiel in Reit, FV Ravensburg und VfB Stuttgart. Der Torwerten für das nächste Spiel, das letzte Achtelfinalspiel in Reit, FV Ravensburg und VfB Stuttgart. Der Torwerten für das nächste Spiel, das letzte Achtelfinalspiel in Reit, FV Ravensburg und VfB Stuttgart. Der Torwerten für das nächste Spiel, das letzte Achtelfinalspiel in Reit, FV Ravensburg und VfB Stuttgart. Der Torwerten für das nächste Spiel, das letzte Achtelfinalspiel in Reit, FV Ravensburg und VfB Stuttgart. Der Torwerten für das nächste Spiel, das letzte Achtelfinalspiel in Reit, FV Ravensburg und VfB Stuttgart. Der Torwerten für das nächste Spiel, das letzte Achtelfinalspiel in Reit, FV Ravensburg und VfB Stuttgart. Der Torwerten für das nächste Spiel, das letzte Achtelfinalspiel in Reit, FV Ravensburg und VfB Stuttgart. Der Torwerten für das letzte Achtelfinalspiel in Reit, FV Ravensburg und VfB Stuttgart. Das letzte Achtelfinalspiel in Reit, FV Ravensburg und VfB Stuttgart. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.